Bevor wir einstürzen, haben wir noch eine kleine Überraschung. Ich bitte mal den Demit. Der Demit hat eine wahnsinnige Idee gehabt. Demit, zeig mal das Schild. Hey, 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 hey! Das ist Stadtmarketing Freiburg. Demit, wir danken dir für die hervorragende Idee. Und bevor es weitergeht mit den Pullis, möchten wir natürlich mit den Pullis anstoßen. Der Maschine geht nochmal das Schild um und wir freuen uns natürlich auf ein Wiedersehen und hoffentlich seid ihr nächstes Jahr auch wieder alle dabei. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Hochzeit-Seben, 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 Einmal hoch! 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 Vielen Dank! Also wenn das jetzt schon gut ist, dann heißt, dann bedeutet das, dass wir auch ein Mitspracherecht haben. Wir werden dann dafür sorgen, dass Freiburg nicht mehr gestoppt wird. Dass wir aber besprechen, dass wir vorsichtig waren und dass wir in allen Gaststätten gebraucht werden. Ja! 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 Ja!